Hier sind Vitalis und Isabel Friese. 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 Ich würde mir nachsehen, wenn ich hier zunächst war, aber noch mehr, muss ich sagen, verneige ich mich von seinem Pferd. So ein Bewegungskünstler und dann gepaart diese Qualität an Schritt, Trab, Galopp mit der Gelassenheit, mit der er das hier in dieser Atmosphäre absolviert. Das nötigt jedem, auch vielleicht den Nicht-Pferdekennern, höchsten Respekt ab. Gratuliere dir, Vitalis. Ich komme jetzt allzu sehr in Schwärmen. Brauche ich gar nicht, weil die Note drückt aus. 10,0. Herzlichen Glückwunsch.